Liebe Zuseher vom STV 1, ich freue mich, dass ich heute hier aus der wunderschönen Skaleria am wunderschönen Wolfgangsee für euch einen Weihnachtsgruß musikalisch übermitteln darf. Und zwar mache ich das nicht mit einem klassischen Weihnachtslied, sondern mit einem richtigen heimlichen Blues, der für mich eine große Bedeutung hat und wo man sich so ein bisschen auch besinnen kann. Ich wünsche euch einen schönen Feiertag und einen guten nächsten Jahr 2014. Keep checking! Musik 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 Musik